Ich habe einen Rucksack rausgebracht, der einfach aussieht wie meine Mutter. Ich spreche von diesem freshen Teil hier, welches einfach dasselbe Muster hat wie dem Mantel, den ich immer als Mutter trage. Zu dem Rucksack gibt es doch ein ultra-nices Federmäppchen und diesen wilden Stift mit einem geheimen Spicker. Der Leven Ray Walker Rucksack hat komplett crazy Features wie dieses geheime Fach am Rücken. Eine Warnpfeife, falls ihr mal in Gefahr seid? Hilfe, mein Hund hat Durchfall! Den legendären Mutterschlappen, diesen Tragegurt für eine Jacke oder Hoodie im Sommer und ultra viele Innenfächer für Laptop, iPad und Co. Checkt die Sachen jetzt ab unter levenray-walker.com Und seid schnell, wir haben nur wenige produziert.